hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge meiner bau deinen r2 d2 reihe diesmal mit den ausgaben 5 und 6 von denen hier die heftchen zu sehen sind und hier die bauteile die jeweils in einem plastikbeutel geliefert wurden schauen wir erst einmal in die heftchen hinein was dort jetzt jeweils auf uns zukommt im heft 5 beschäftigen wir uns vor allem mit kuppel und rahmen komponenten denn hier geht es jetzt darum den kopf von r2 d2 seine kuppel also zu bauen die wird aus vielen teilen zusammengesetzt von denen in dieser ausgabe die ersten beiden mitgeliefert werden und in der ausgabe 6 beschäftigen wir uns dann wieder mit einem elektronischen bauteil nämlich dem diagnose display dafür sind alle nötigen teile diesmal hier enthalten und wir können das also hier komplett zusammenbauen und dann auch auf die funktionsfähigkeit testen hier haben wir erst einmal das tütchen zur ausgabe 5 ich schneide das einmal auf und wir sehen es sind nicht wirklich viele bauteile diesmal mitgeliefert wir haben hier vor allem eine ganze reihe kleiner tütchen mit schrauben und muttern zu denen ich gleich etwas sagen werde dann hier dieses große metallische bauteil dazu passend zwei kleinere ein kugellager und eine schelle mit der man das kugellager dann fixieren kann und schließlich befindet sich dann noch das erste der plastik teile mit dabei aus denen dann die kuppel so nach und nach gebaut wird schauen wir uns nun zunächst die kleinteile an so sehen wir wir haben hier also zwei tütchen mit schwarzen schrauben einmal kleine schwarze schrauben kurze schwarze schrauben und einmal etwas längere schwarze schrauben und das gleiche dann noch einmal mit silber schrauben also einmal kürzere und einmal etwas längere und das letzte tütchen enthält dann muttern ich benutze hier für die lagerung dieser schrauben denn wir werden nur wenige davon jetzt gleich brauchen solche kleinen plastik schächtelchen in die ich also diese muttern und schrauben einfüllen werde so dass ich sie dann parat habe wenn ich sie brauche das heißt ich fülle alle diese schräubchen und muttern jetzt erst einmal in jeweils eins dieser plastik schächtelchen um so und nun haben wir hier von rechts nach links die langen silbernen schrauben die kurzen silbernen schrauben die langen schwarzen schrauben die kurzen schwarzen schrauben und im am weitesten links liegenden kästchen die muttern nun nehmen wir uns dieses große teil das ganz oben in der kuppel sein platz finden wird es hat hier auf der unterseite so eine vertiefung und in diese soll dieses kleine kugellager hier eingepasst werden das geht ganz einfach wir setzen das kugellager also passend in diese unterseite der großen metallscheibe ein und benutzen dann diese schelle um ein herausfallen des kugellagers in zukunft zu verhindern dafür legen wir diese schelle genau mittig auf das kugellager auf und verwenden nun zwei kurze silberne schrauben um diese schelle an diesem großen metallischen bauteil festzuschrauben das geht wieder ganz leicht die schrauben und gewinde sind also sehr gut gearbeitet man kann das völlig problemlos hier eindrehen ich verwende dafür natürlich wieder den schraubenzieher der ja schon bei der ersten ausgabe mitgeliefert worden ist nun auf zu dem schwarzen plastik teil dem ersten teil das jetzt hier zum bau der kuppel an diese metallscheibe angeschraubt werden soll es hat hier oben an seinem kürzeren ende mittig so einen dreieckigen pfeil aufgezeichnet und bei dem runden metallischen bauteil findet sich auch an einer stelle nämlich hier so ein dreieckiger pfeil das bedeutet wir nehmen jetzt also unser plastik teil und passen es so an dass sich die pfeile genau gegenüber liegen und das funktioniert auch denn wir haben hier bei dem plastik teil auf der unterseite kann man das sehen links und rechts jeweils ein loch und in der mitte so einen kleinen schwarzen stift und wenn wir das plastik teil so an die metallscheibe anlegen dass sich die beiden pfeilspitzen genau gegenüber stehen dann wird dieser kleine plastik stift in ein kleines loch hinein passen dass hier in der metallscheibe zwischen den beiden bohrungen sich befindet so dass hier die position dieses plastik teils ganz klar festgelegt ist um das plastik teil nun zu fixieren benötigen wir einerseits muttern und andererseits die langen silbernen schrauben das heißt wir legen das rahmenbauteil wieder passend an unsere metallscheibe an platzieren eine der kleinen muttern in der dafür vorgesehenen aussparung drehen das ganze um dabei natürlich die mutter schön festhalten und können jetzt von der unterseite aus diese silber schraube hier durch die bohrung hindurch mit der mutter verschrauben so dass hier also eine feste verbindung geschaffen wird und das gleiche machen wir dann auf der anderen seite noch einmal wir platzieren also wieder eine mutter in der aussparung drehen die sache auf die unterseite und schrauben von dort aus erneut eine der längeren silbernen schrauben durch das bauteil hindurch wenn wir das ganze nun noch einmal schön festziehen so ist jetzt die metallplatte also diese abdeckung mit dem ersten bauteil des rahmens verbunden und damit hätten wir auch schon alles erledigt was man mit den bauteilen der ausgabe 5 so tun kann hier nun ist das tütchen der ausgabe 6 zu sehen und hier befinden sich vor allem elektroteile drin wir brauchen aber auch wieder schrauben aus der ausgabe 5 deswegen liegen die hier auch noch mit parat zunächst einmal benötigen wir diesen schwarzen lcd innen rahmen sowie dieses silberne lcd gehäuse die anderen bauteile schiebe ich einmal kurz zur seite dieses silberne lcd gehäuse besitzt hier an den längsseiten jeweils eine kurze nase auf der einen seite und eine lange nase auf der gegenüberliegenden und der schwarze lcd innen rahmen besitzt auf der einen seite eine kurze vertiefung und auf der anderen seite eine lange vertiefung so dass hier klar ist in welcher position das silberne gehäuse in diesen schwarzen innen rahmen zu stecken ist wir drehen uns dazu den schwarzen rahmen nach außen stecken das silberne bauteil passend hinein und haben damit schon den ersten schritt getan das heißt wenn wir das jetzt wieder auf die innenseite drehen dann sehen wir dass die kurze nase und die lange nase des silbernen gehäuses jeweils passend in diesem schwarzen innen rahmen stecken als nächstes benötigen wir die lcd platine beziehungsweise diesen lcd bildschirm der hier zusammen mit einem kabel in einem separaten kästchen geliefert wird der bildschirm ist hier noch mit einer kleinen schutzfolie abgedeckt und diese werde ich nun zunächst einmal vorsichtig abziehen nun soll der lcd bildschirm mit der schwarzen halterung zusammen gesteckt werden und dafür hat der bildschirm hier eine vertiefung und bei der halterung gibt es hier auf der einen seite so einen stift so dass auch hier wieder ganz klar ist in welcher position zueinander die beiden bauteile zusammen gesteckt werden sollen der bildschirm soll natürlich hier durch das silberne gehäuse dann nach außen zeigen und wir machen das so dass der schwarze stift von dem gehäuse genau in diese aussparung der platine greift zum schluss benötigen wir noch die schwarze halterung und die hat passend zu der steckdose die sich hier an der platine befindet auch wieder eine aussparung so dass es also auch hier ganz klar ist in welcher position die halterung mit der platine zusammen gesteckt werden soll um das ganze nun auch noch richtig zu fixieren benötigen wir vier schrauben und zwar diesmal die längeren schwarzen schrauben sechs millimeter lange schwarze schrauben die jeweils in eine der vier ecken hier auf der rückseite in die dafür vorgesinnen bohrungen zu schrauben sind wir haben damit also vier der insgesamt fünf mitgelieferten langen schwarzen schrauben verbraucht ja und nun käme noch die funktions prüfung dafür gibt es ja hier auch noch in der plastik schachtel mitgeliefert ein kabel dieses kabel hat wie auch schon bei unserer ersten lcd platine einen kleinen und einen großen stecker was wir hier benötigen um das kabel mit dem bildschirm zu verbinden ist der kleine stecker der hat auf der einen seite eine glatte weiße plastik oberfläche und auf der anderen seite eine oberfläche in der solche aussparungen zu erkennen sind wenn ich den bildschirm so halte dass die steckdose nach oben zeigt dann muss ich den kleinen stecker so drehen dass die glatte weiße fläche nach oben zeigt so passt das dann mit der steckdose zusammen und wir können den stecker mit der steckdose verbinden um die funktionstüchtigkeit des bildschirms testen zu können brauchen wir wieder unsere test platine und die stromversorgung mit der wir das letzte mal die roten und blauen leds getestet haben das heißt ich ziehe hier das led bauteil jetzt aus dieser test platine einmal heraus und stecke stattdessen mit dem großen stecker die nase nach oben den stecker in die test platine ein und wenn ich nun die batterie box auf on stelle und bei der test platine auf den knopf drücken der mit s2 beschriftet ist das ist die taste die sich neben der steckdose befindet die direkt zur batterie box geht dann das können wir hier sehen blinkt unser lcd bildschirm in bunten farben auf und ja das ist dann sicher auch ein nettes feature dass wir beim r2d2 dann sehen können damit hätten wir nun auch alles erledigt was man mit den bauteilen machen kann die sich in ausgabe 6 befunden haben und damit wünsche ich dir auch bis zum nächsten mal wieder einen guten tag bis zum nächsten mal wieder 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 bis zum nächsten mal wieder